Aua, was für ein Fehler. Guck mal, der schießt. Ich hab den so outplayed, oh mein Gott. Ey, das ist schöner als ein Traumtor. Der dachte, ich mach meinen Torwart in die Mitte, weil ich zweimal angetäuscht hab. Oh mein Gott, hab ich den outplayed. Der ist, als ob es schon Halbzeit ist. Was hab ich das ganze Spiel gemacht? Oh mein Gott, das gibt's nicht. Das ist doch, das gibt's nicht. Digga, dieses Spiel ist so böse. Guck mal, sind die Außenverteidiger wieder? Was ist ein Drecksspiel? Verdammte Scheiße, ey. Mist-Game! Mist-Game! Mist-Schme- Mist-Mist-Dreck! Kanter das Mädchen! Verdammtes gescriptetes Scheißding! Tut mir leid, Leute, fürs Auszucken muss dem alles passieren. Was ist das? Hey, schaut mal, den einen... Hey, schaut mal, den Ersatzspieler. Ich dachte, das ging, Spieler, Alter. Einfach, er läuft ins Feld rein. Aber wie war Training so? Was habt ihr denn gemacht? Eine Pass-Übung, eine Schuss-Übung. Warte mal kurz. Tot, 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 tot. Eins spielen. Eiken! Ich schoff meine Mutter, Eiken! Brasilien! Ich schoff meine Mutter! Strömer! Nein! Niemals! Niemals! Sag mir nicht, du hast ja 9! Pili! 99er! Valabila! Valabila! Ich schoff meine Mutter, 99er, Pili! Ich schoff meine Mutter! Nein! Ich schoff meine Mutter doch! Gib Shareplay! Gib Shareplay! Nein! Komm rein, komm rein! Noch an! Ich schoff meine Mutter, nein! 99er, Pili! Ey, Digga, weint! Niemals, Digga! Nein, 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 Digga, Valabila! Niemals, Digga! Oh, Mann! Ey, was für ein Peck! Ich weiß, dass nicht irgend so ein komisches ist! Was war das? Hä? Habt ihr das grad... Was war das? Was ist jetzt grad passiert? Habt ihr das Tor grad gesehen? Hä?! Hä?! Was ist das?! EA?! Euhm, schönstes Tor der Welt! Es war das schönste Tor der Welt! Was ist das für ein liebem... Bitte Was Klipp Bitte klebt das Oh mein Gott Elva geht nicht rein, dann das auch nicht Was Guckt euch das mal an Ja pushen mich ja Die fragen ums Bild ja Stark aufs Sand Oh er nimmt die Volley Digger was verdammt Alter Komm schon mal an An der Spieler verflischen oder? Den Namen scheitlich wie groß ist der, was, der hat nicht mal einen namen der ist ein schwacher fuß, was passiert ich zeig dir, habt ihr das gesehen, habt ihr das gesehen, ich glaube, ich glaube, Griezmann hat einfach mit der Hand gehalten oh mein Gooooot, ich verlieh doch jetzt nicht schon wieder, Digga oh mein Gott, oh mein Gott das erste Tor beide liegen, das zweite Tor war ok das dritte Tor was ist das und Fehlschuss wird nicht alles eingezeigt, leider ja, oh, es hat geklappt, ja FIFA Deutschland, das kommt zu FIFA Deutschland das wollte ich jetzt habe ich alles gesehen ich darf auch keinen Clip gräbel, Bruder was war das für ein Trick gerade von Son was soll das gewesen sein hier oh mein Gott Oh Gott! Digga! Ey, aber dieses Spiel ist so kaputt, ne? Genau. Das muss man aufnehmen, ja. Ey, schaut euch mal das an, Alter. Was ist das denn? Das ist ne Bankruba-Legende. Komm, Bego, ehrlich. Oh! Ich tritt selber drauf. ZITU! Biiiiiihihi. Ich bin's, Tim. Oh, geil Junge. Icon? Frankreich? Stürmer? Moments! Oh mein Gott! Holy shit! Silber 1 Rewards! Ja, abstoßen. komm jetzt lotte jungs es geht weiter pfosten leider keine termine lotte pfosten ja komm jetzt mit dem kopf bei modric das krasseste was ich mal aufgeholt habe war 5 0 vorne in der weh und ich habe 65 gemacht das krasseste was mir passiert ist in der weh lathe jungs hört ihr das torsten oh mein gott oh mein geklebt das pass in die mitte was ohne gott schießt name an wie war deutschland alter erinnerung bringt es nicht das ist ein klipp wert der macht einfach selber guck ist das noch klappt oh mein gott oh mein gott was habt ihr gesagt klappt das nicht gar nicht ey bitte klipp das das war ich habe nicht auf die kette bekommen dann auch noch dieses ganz billige Tor kassiert. Das ist ein normaler Pass. Wie kann der denn... Arti, Digger, die Rudelbilder, ne? Alter. Oh, stark. Ja, äh. Klipp, klipp. Und da fieber Deutsche. Digger, ist das unverdient, Junge. Ich schwöre dir, guckt... Guckt euch alle seine Tore... Digger, die haben das Sancho-Tor rausgenommen. Die nehmen das Sancho-Tor raus für so ein Tor. Für so ein Tor nehmen die das Sancho-Tor raus. Guck mal, was passiert da mit Dingen? Warum fällt der hin? Warum fällt der hin? Wer ist das? Cavajal, lieber Cruyff. Ach, so wegen Neuer, klar. Damit der Ball reingeht. Macht er gut. So leicht dürften sie es dem Keeper natürlich nicht machen. Ja, jetzt das Ding. Jetzt müssen wir das Ding machen. Jetzt müssen wir das Ding auch machen. Nicht zu groß. Der ist einfach zu groß. Es gibt ein Meter. Es gibt ein Meter. In Wolter. Der ist doch drei Meter groß. Das ist der Lederlis da. Wie? Und jetzt kommt neunzigste. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich schwöre es euch. Ich habe den Torwart gemufft. Weil ich wusste, der wird es werden. Oh, Walkout. Frankreich ist immer gut. Stürmer. Eiken. Nein. Nein. Wir haben Pressy G gezogen. Wir haben Pressy G gezogen. Der ist Handschuheartig. Schade, ey. Ganz schade. Schade FIFA 20. Tschüss. Genau. Bis zum nächsten Mal.